Advaita Srivasa, Sri Chaitanya Bhagavata Madhyakanta II Die Bhaktis waren sehr verwundert und gingen nachdenklich zu Advaitas Haus und berichteten jedem, was sie gesehen hatten. Advaita, der Starke, weiß aufgrund des Bhakti-Yoga schon alles und weiß, Prabhu hat sich offenbart. Fußnote 387 Bhakti-Yoga ist die Kraft zu lieben und zu erkennen. Je stärker die Bhakti, desto klarer die Erkenntnis. Doch Advaitas Wesen ist schwer zu verstehen. Was er soeben enthüllt hat, das verhüllt er auf der anderen Stelle wieder. Und als er die Worte der Bhaktis hörte, sagte er in großer Freude ganz versunken. Hört, Brüder, da habe ich in der vergangenen Nacht etwas Besonderes erlebt. Gestern vermochte ich nicht den Sinn einer Stelle in der Bhagavad-Gita zu verstehen und im Kram fastete ich. Dann kam in der Nacht jemand zu mir und sagte, Steh auf, Acharya, iss schnell. Wie es zu verstehen ist, will ich dir sagen. Steh auf, tue meine Puja und iss. Du hast einen Vorsatz gefasst. In Klammer, ich muss bewirken, dass Bhagavan ein Avatar wird. Es hat Frucht getragen. Ihr alle braucht euch nicht mehr zu sorgen. Du hast gefastet, liebende Verehrung, Aradhanagitan. Weinend hast du Krishna gesungen. Und er, den du herbeizubringen versprochen hast, dieser Prabhu ist dir von nun an bekannt. Im ganzen Land wird Krishna-Kirtan stattfinden. In jedem Haus, in jedem Dorf. Und Bhakti, wie sie selbst dem Brahma unerreichbar ist, wird die Welt durch deine Gnade erleben. Im Hause des Srivas werden die Vaischnavas Dinge sehen, die selbst dem Brahma und anderen Großen unerreichbar sind. Und sobald ich die Augen öffne, da sah ich, wie eben dieser Vishwambara verschwand. Ich vermag das Geheimnis Krishnas nicht zu verstehen, sagt niemanden davon. Am Morgen beim Gangabad sehen ihn die Vaischnavas und Prabhu begrüßt er erbietig, den Srivas und die anderen. Die Bhaktas freuen sich und segnen ihn. Mögest du, Bhakti, zu Krishnas Füßen haben. Habe immer Krishna im Mund, Krishna in den Ohren. Krishna zu dienen ist das Einzige, was wahr und ewig ist. Und ohne Verehrung Krishnas ist alle Schönheit und Gelehrsamkeit nichts. Krishna ist der Ursprung der Welt. Krishna ist das Leben. Verehre unerschütterlich die Lotusfüße der Füße Krishnas. Als Prabhu diesen Segensspruch hörte, da freut er sich. Er hebt seinen Blick auf und schaut sie an und sagt, Ihr sagt die Wahrheit, segnet mich. Ihr vermögt anderen Krishna-Bhakti zu geben. Wer euch dient, der muss Krishna-Bhakti erhalten. Und er berührt die Füße der Bhaktas. Er trägt die nassen Kleider der anderen. Auf dem Hinweg trägt er ihre trockenen Gewänder. Trägt auch Ganga-Erde. Oft bis zu ihren Häusern. Sie rufen, Oh weh, oh weh, was tust du bloß? Doch Vishwambara lässt nicht ab. Und so ist täglich der Prabhu Vishwambara selbst, der Diener, seine eigenen Diener. Eines Tages geht er mit Gadatara zusammen zu Advaitas Haus, als Advaita gerade mit Wasser den Dienst der Tulasitut. Advaita ruft. Advaita ruft. Hari! Lacht, weint, brüllt, wie ein Avatarer Rudras. Als Prabhu den Advaita derart sieht, fällt er sogleich bewusstlos zu Boden und aufgrund der Stärke seines Bhakti-Yoga erkennt Advaita sogleich, er ist der Herr meines Herzens. Er ist der Herr meines Lebens. Und er denkt, So lange bist du wie ein Dieb gewesen, doch bei Advaita geht das Diebsein nicht. Ich werde dem Dieb mit Diebstahl begegnen. Und Advaita nimmt alle Dinge, die für eine kultische Verehrung bestimmt sind, Weihrauch und so weiter und verehrt Chaitanyas Fußlotose. Er beugt sich vor seinen Füßen nieder und rezitiert eine Strophe. Ihm, dem ewigen Gegenstand der Verehrung, der Wederwisser, dem ewigen Wohltäter der Kühe und Brahmanen, dem ewigen Wohltäter der Welt, dem Krishna, dem Govinda, Verehrung. Vishnupuranam 1.19.65 Immer wieder rezitiert er diese Strophe, fällt zu seinen Füßen nieder, denn er hat ja seinen Herrn erkannt. Tränen fließen aus seinen Augen, mit gefaltenen Händen kniet er vor ihm am Boden. Da beißt sich Gadatara auf die Zunge, lacht und sagt, Oh, Goswami, was tust du bloß? Er ist doch bloß ein Junge. Ziemt sich das? Da lacht Advaita und sagt, Gadatara, in ein paar Tagen wirst du erkennen, was das für ein Junge ist. Da wundert sich Gadatara sehr und denkt, Das ist also Ishvara, der Avatara wurde? Nach einer Weile kommt Vishnupuran zum Bewusstsein der Außenwelt zurück und sieht das in Bremer versunkene Gesicht Advaitas. Und Prabhu Vishnupuran verbirgt sein Wesen, singt ein Preislied für Advaita, grüßt ihn mit gefaltenen Händen, nimmt Advaitas Fußstaub, übermacht ihm seinen Leib und sagt, Schenke mir deine ergreifende Gnade. Ich bin dein. Dein Anblick macht mich segensreich. Erweise mir Gnade, damit der Name Krishnas mir aufleuchte. Du vermagst die Bindung an die Wandelwelt zu vernichten, denn in deinem Herzen ist immer da Aufleuchten Krishnas. Bhagavan, der Herr, weiß, wie die Größe seines eigenen Bhaktas zu steigern ist. So wie sich der Bhakta zu Bhagavan verhält, so verhält sich Bhagavan zu dem Bhakta. Nachdenklich spricht Advaita zu sich selbst. Weshalb verheimlichst du dich? Über deinen Diebstahl hinweg habe ich schon vorher Diebstahl begangen. Fußnote 388 Advaita ist Sadashiva und Mahavishnu, der weltzugekehrte Gott in einer Gestalt. Als Mahaprabhu im Bewusstsein eines Bhakta das göttliche Wesen Advaitas wahrnimmt, wird seine Prima Bhakti augenblicklich zu Rasa und unter dem Einfluss eines Satvigabhava fällt er in Ohnmacht. Diese Wehrlosigkeit Chaitanyas, der fast ständig sein Wesen als Gott, der Herr, verbirgt, benutzt Advaita, um ihn als Bhagavan Svayam seinen eigenen Urgrund und den Urgrund aller Avatares kultisch zu verehren und den Staub seiner Füße zu nehmen. Da von Mahavishnu Advaita alle Avatares ausgehen, auch der Avatar des nunmehrigen finsteren Zeitalters, haben beide Anlass, als den Anderen, als den Höheren zu verehren. Gott als Mahavishnu Sadashiva und Gott in seiner höchsten Seinsweise beten einander an. Und Advaita sagt bloß lächelnd, Du, Vishwambara, bist von allen der Größte. Ich will stets in den Heiligen berichten von Krishna weilen und möchte dich immer da sehen dürfen. Denn das ist der Wunsch aller Vaishnavas, dass sie dich sehen und mit dir zusammen Krishna-Kirtan tun dürfen. Mahavrabhu stimmt in Freude Advaitas Worten zu und geht nach Hause. Advaita wusste, Prabhu hat sich selbst offenbar gemacht. Und um das zu prüfen, ging er aus Navadvipa fort nach seinem Hause in Shantipura, in Klammer, einen halben Tagwegs von Navadvipa entfernt. Wenn er mein Herr ist und ich sein Diener, dann muss er mich mit den Fesseln seines Prima binden und herbeibringen. Und in seinem Hause tat Satjinandana Tag und Nacht Kirtana. Mahavrabhu hatte mit der Offenbarmachung von Kirtan angefangen. Die Bhaktas sehen es und ihr Leid geht dahin. Haribol, sagt der Herr, ruft er Tag und Nacht und die schlimmsten Heuchler, Paschandi, verbringen schlaflose Nächte. Das dumpfe Glück ihres Schlafes ist gestört und die Gottabgewandten sind zornig. Was ist mit dieser Bande los? Man kann nicht einmal nachts mehr schlafen. Gott wird bei diesem ewigen Rufen böse werden. Dieses Chaos wird zu ihrem eigenen Untergang führen. Fußnote 389 Die sogenannten religiösen Menschen wollen eine gutbürgerliche Religion. Nach ihrer Auffassung muss man sich gesetzt benehmen, damit Gott nicht gestört werde. Diese Leute da vermeiden ja den Yoga des Wissens, Jhana-Yoga. Das ist ja alles Ausgelassenheit. Was ist das schon für eine Sorte Kirtan? Dieser Brahmane, der Schrivas, der hat das ganze Chaos angerichtet. Alle vier Brüder haben sich da zusammengetan, damit sie etwas zum Fressen bekommen. Sie schreien, Krishna, als ob man das nicht im Geiste tun könnte. Macht Geschrei einen tugendhaft und heilig? Oh, da richtet der Schrivas das Unheil des ganzen Landes an. Ich habe am Mohammedanischen Gerichtshof schöne Dinge gehört. Die Sache ist zu Ohren des Königs gekommen. Er hat vernommen, dass hier in Navadvib Kirtan vor sich geht. Und er wird Leute schicken, es verbieten und sie verhaften lassen. Was haben wir schon damit zu tun? Wir werden den Schrivas einfach binden und ihn ausliefern. Und es sprach sich in der Stadt herum, dass der König Leute schicken werde, um die Vaischnavas zu verhaften. Damals wussten die Baktas noch nicht, dass Gott, der Herr selbst, Avatar geworden war. Und der Sohn der Satschi und der Sohn der Satschi fing nun an, es sie wissen zu lassen. Furchtlos wandelte Mahabrabhu Vishwambara umher. Er, der Unvergleichliche, der nicht seinesgleichen hat, der wunderbar schöne Gott der Liebe, in Klammer Madana. Mit wohlduftender Sandelpaste ist seine ganze Gestalt gesalbt. Die Augen sind wie Lotuse, edel sein Kinn, leuchtend sein Vollmondgesicht, die herrliche Gestalt, die Brahmanenschnur auf der Schulter, strahlend sein Gewand, die rote Bedelfarbe auf der Unterlippe. In Begierde nach neuem Spiel geht er zum Ufer der Ganga. Die Edlen freuen sich, als sie ihn sehen. Die Heuchler werden nachdenklich und sagen, alle haben Furcht und er fürchtet sich nicht und läuft in der Stadt umher, als ob er ein Kriegssohn wäre. Andere sagen, oh, ich weiß es besser, alle miteinander eine Bande, die sich zur Flucht gerüstet hat. Er aber blickt nach allen Seiten und geht zum Strom der Ganga und sieht am lieblichen Ufer eine Herde von Kühen Grasen. Mit hochgehobenen Schwänzen ein ein sie brüllend zum Fluss um Wasser zu trinken. Prabhu sah es und krollte wie eine donnernde Wolke. Ich bin er, ich bin er und er eilt zum Hause Schrievas und brüllt. Hey Schrievas, was machst du? Schrievas saß bei der Puja Narasimhas in seiner Hütte. Chaitanya schlug heftig wiederholt an die Tür. Wessen Puja tust du? Er, dessen Puja du tust. Er ist es. Schrievas sieht ein hell leuchtendes Feuer. Seine Versenkung Samadhi wird unterbrochen. Er schaut umher und er sieht wie Schwambara sitzt im Virasana in Klammer Sitz der rechte Fuß auf dem linken Schenkel der linke Fuß auf dem rechten Schenkel in seinen vier Händen hält er die Muschel des ewigen Wortes das Rad der reinen Erkenntnis die Keule der Weltherrschaft und den Lotus des freien Spiels und seine Stimme tönt wie Donnerollen wie die Stimme eines trunkenen Löwens da zittert Schrievas am ganzen Leib steht wie versteinert vermag nichts zu sagen Da ruft Bravo ihn an Oh Schrievas bis zum heutigen Tag weißt du nicht dass ich offenbar wurde Dein lautes Sankiltan und das Brüllen des Nada verursachte dass ich mit den meinen Waikuntha verließ Fußnote 390 Nada ist eine volkstümliche Form des Wortes Narayana ein Spitzname mit dem er von diesem Tage an Advaita ruft Du Du weißt das nicht und der Nada ist nach Shantipur gegangen um mich zu meiden Ich bin gekommen um die Edlen zu retten die Bösen zu vernichten Fürchte dich nicht Sprich meinen Preis aus Shrivasa weint in Brema Fort ist deine Furcht Er hat wieder Mut Sein Leib ist von Freude erfüllt und stehen spricht er mit gefaltenen Händen das Preislied Der Pandit ist seinem inneren Wesen nach ein ganz großer Bhakta und er singt ein Preislied wie es zur Gelegenheit passt eine Strophe die Brahma sprach als seine Täuschungen schwand in Klammer und er Krishna nicht mehr verhüllt vom Mantel seiner Gottes Majestät vor sich sah Ich verneige mich preisend vor dir dem wirklichen Preis gebührt dessen Leib Wolkenfarben ist dessen Kleid wie Blitze dessen Anlitz leuchtend glänzt im Schmuck der Gunja Blüten und Ohrringe und der Pfauenfeder du mit dem Wald Blumenkranz du dessen besonderer Reichtum Hirtenstab Horn und Flöte und ein wenig Speise in deiner Hand ist du mit ganz zarten Füßen des Kuhirten Sohn in Klammer Bhagavatam 10.14.1 Die von Srivasa gewählte Strophe aus dem Bhagavatam erweist dass er in Chaitanya nun nicht mehr Nadasimha Gott in seiner Allmacht und Allerkenntnis sondern den ewig jugendlichen Krishna von Vraj in seine Lieblichkeit und Schönheit als letzten Grund allen Seins erschaut Mit dem Preislied an Krishna das Brahma sagt pries er die Lotuse der Füße Prabhus und dann fuhr er fort mit eigenen Versen Du bist Vishnu Du bist Krishna Du bist der Ishvara aller Opfer Das Wasser das deinen Füßen entspringt ist die Ganga der heiligste Badeplatz Du bist Narasimha Du bist Narayna Du bist der Ursprung aller Ursprünge Von deiner Maya verwirrt Wer kennt dich Oh Du hast unsere Kleider getragen als wir zum Baden gingen Doch fort ist meine Furcht Du Herr meines Lebens Denn heute bist du mir zu Gesicht gekommen Heute ist unser aller Leid dahingegangen Heute hat für mich der Tag begonnen Heute wurde meine Geburt und der Sinn meines Lebens erfüllt Heute ging das wahre Heil über mir auf Heute wurden meine Vorfahren errettet Heute wurde mein Haus segensreich Oh endlos ist das Glück meine Augen Denn ich sehe ihn dessen Füßen die Lakshmi dient Und während er sprach versank der Pandit Schrivas in Glück weinte holte tief Atem rollte am Boden hatte er doch die unfassbare Offenbarung Gaurachandras gesehen Wundersame Seligkeit ist in seinem Leibe Er taucht unter im Ozean von Glück Als Prabhu Schrivas das Preislied hört lächelt er voll Gnade und sagt Rufe die Frauen und Kinder und alle die in deinem Hause sind herbei Lass sie meine Gestalt sehen Tue mit all den Deinen die Pooja meiner Füße und bitte um eine Gabe nach eurem Willen Schnell holt Schrivas alle herbei und sie bringen die Blumen die für die Pooja Vishnus bestimmt waren seinen Füßen dar Mit Weihrauch Blumen Parfüm Lichtern tun sie Pooja der Lotuse von Prabhus Füßen und alle weinen seine Brüder die Frauen Diener Dienerinnen alle fallen zusammen mit Schrivas ihm zu Füßen und beten ihn an und Prabhu der das tut was dem Schrivas lieb ist setzt seine Füße auf die Häupte aller und ohne dass sie es merken streichert er ihre Köpfe und sagt lächelnd wendet eure Herzen mir zu und dann donnert er und ruft oh Schrivas was ist mit deiner Furcht wo ist das Boot mit den Leuten des Königs um dich weg zu holen ich bin der Antreiber aller Chivas in den unendlich vielen Universen wenn ich in Klammer als innerer Lenker den König antreibe dann wird er den Befehl geben dich weg zu holen wenn es nicht so ist wenn er dich aus eigenem anderen berufen lässt dann werde ich hingehen und vor euch allen ins Boot steigen und ich werde vor ihn hintreten meinst du dass er auf seinem Thron sitzen bleiben kann wenn er mich sieht und sollte er die Kraft haben mich zu fragen dann werde ich sagen hör zu du König nun erkenne was wahr und was falsch ist bringe alle deine Mohammedanischen Priester und Richter alle Elefanten Pferde Tiere Vögel was immer du hast und ich werde sie alle zum Weinen bringen wenn ich ihren Schastra in Klammer den Koran auslege und wenn er nicht bereit ist das zu tun dann werde ich mich offenbaren und werde sagen diese Bande will das Kirtan verbieten deren Shakti will ich sehen schaut her füllt eure Augen mit meiner Gestalt ich werde den König und all sein Gefolge zum Weinen bringen und sie werden alle schön und brav Krishna rufen und wenn du Schrivas daran am geringsten zweifelst schau unmittelbar mit deinen eigenen Augen wer vor dir steht da sah er vor sich ein kleines Mädchen die Tochter eines Bruders des Schrivas mit Namen Narayani Fußnote 391 Narayani ist die Mutter des Autors Vrendaven Das noch heute heißt es von ihr unter den Vaishnavas die Narayani die Chaitanyas Gnade erhielt und er der innere Lenker in allen Wesen sagt zu ihr hey Narayani sag Krishna und weine und sie war vier Jahre alt und rief hey Krishna und weinte und die Tränen benetzten ihren Leib und die Erde da lacht und lacht Vishvambara und er fragt den Shrivas ist deine Furcht nun vergangen Shrivas ist weise er weiß das Wesen von allem und ist ein guter Sprecher und die Arme bewegend sagt er wenn du Bhagavan in Gestalt der Zeit kommst und die ganze Schöpfung auflösest dann ist dennoch keine Furcht wenn man deinen Namen nimmt woher soll jetzt Furcht kommen wenn du in meinem Hause bist und tief versunken sitzt Shrivas mit seiner Familie und sieht die Offenbarung Bhagavans ihn den die vier Weden zu sehen begehren ihn sehen die Knechte und Mägde im Hause des Shrivas wahrlich der Staub von Shrivasas Füßen läutet die Welt der Krishna Avatara spielte einst im Hause Vasudevas in Mathura im Hause Nandas in Vraja und im Hause Jagannath Mishras und nun in Shrivasas Haus doch verbot ihm Vishvambara Du darfst niemandem davon sagen Es soll niemandem bekannt werden Und er kehrte zum Bewusstsein der Außenwelt zurück schämte sich im Herzen ein wenig ermutigte den Shrivas und ging nach Hause Fußnote 392 Shrivas ist in anderen Lilas der aus vielen Shastras bekannte göttliche Seher Narada Chaitanya Chandradayam 1.2 Bhagavan in Krishna Chaitanya Shrivas erinnerst du dich wie ich damals als deine Lebenskraft im Schwinden war das Bedrohliche durch einen Schlag mit der offenen Hand verhindert habe Shrivas nachdenklich ja ich ersinne mich dass ich plötzlich aus der Hand des Todes erweckt wurde die anderen Bhaktas drückten Staunen aus Bhagavan Shrivas erzähle alles von Anfang an lass uns die anderen hören Shrivas Bhagavan ehe du herabstiegest war ich bis zu meinem sechzehnten Jahr ein harter Übeltäter gegen Gott ich war auf Abwegen ruhelos mit trockenem Herzen schwatzte von weltlichen Dingen war stolz unstet nicht einmal im Traum konnte vom Hören und Rumpreisen der Eigenschaften Bhagavans die Rede sein doch als Ergebnis eines guten Antriebs aus irgendeinem früheren Leben erschien mir im Traum als die äußeren Sinne nicht wach waren eine mitleidsvolle Seele und unterwies mich verwerflichste alle Brahmanen obwohl du nicht wert bist Unterweisungen zu empfangen sage ich dir ein Jahr hast du noch zu leben verschwende deine Zeit nicht ich wachte auf und dachte nach ununterbrochen war ich in Todesfurcht am Tage fastete ich dann grübelte ich und suchte wo wohl für die Menschen das Heil zu finden sei da fand ich im Naradiyah Puranam in Klammer Naradha Puranam die Stelle wahrlich außer dem Namen Gottes gibt es keinen Weg im Kali Yoga ich sah diese Stelle wie eine Unterweisung herries an der ein Töter die Widersache ist gab alle Werke auf und nahm beim Gottes Namen allein meine Zuflucht ich hatte kein Interesse mehr am Leben im Haus fühlte keinen Ärger mehr wenn andere über mich lachten mein inneres Herz wurde nicht mehr befleckt von den Sinnen Dingen Tief im Herzen war ich niedergeschlagen wegen des nahenden Todes mit den Fingern zählte ich die Monate und ging an meinem Todestage zum Hause Devananda Pandits um mitzuhören wenn er das Bhagavatam erklärte beim Hören des Lebenslaufs von Pralat war gerade meine Todesminute gekommen und ich fiel von der Veranda des Hauses in den Hof hinab irgendeine mitleidsvolle Seele berührte mich und rettete mich vom Tode das fühlte ich und ich fühlte wie das Leben zurückkam wie mechanisch stand ich auf alle halfen mir und brachten mich in mein Haus zurück Bhagavan ich war es der dir im Schlaf der Nacht den Traum gab und ich war es der dir in der Todesminute das Leben wieder gab alle vollstaunen Bhagavan wie Eisen durch Berührung mit dem Stein der Weisen zu Gold wird so ist dein Körper anders geworden durch das Eintreten der Shakti Naradas Das